Im Fernsehschirm oder in Brasilien ging das da gleich, das war einfach unglaublich, was da passiert ist. Aber es war natürlich ein guter Weltkampionsschirm für Luiz und das Team, war es? Sie wissen, um ein Weltkampion zu sein und um ein Winner zu sein, braucht man ein gutes Team. Man braucht nicht nur ein gutes Flieger, man braucht nicht nur einen guten Englern, man braucht ein totales Package. Und der McLaren hat ein guter Team, ein guter Package. Und wenn du auf Luiz schauen, er ist definitiv ein fantastischer Person. Ein sehr hart-werken Mann, sehr energetisch. Er hat eine vollen Komitierung für die Team und das zeigt das Ergebnis. Der Maximum Komitierung von seinem Herzen schaut das Team und das bringt das Ergebnis. Und McLaren hat ein super Team, viele gute Leute arbeiten. Vielen Dank.